Jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, wo man die Informationen zu den Corpora findet, also zum Beispiel, welche Positionsattribute verfügbar sind, also der Bereich, über den wir in dieser Folge gesprochen haben. Die wichtigsten Infos stehen im Cheat Sheet, aber erstens soll das Cheat Sheet eben nur einen kurzen Überblick geben und zweitens, viel wichtiger, fügen wir laufend neue Corpora zu unserer Korpusumgebung hinzu. Zwar haben die meisten Corpora den gleichen Grundstock, aber viele haben unterschiedliche Annotationsebenen oder verwenden andere Tagsets. Deshalb ist es weder effizient noch sinnvoll, ein Cheat Sheet aktuell zu halten oder unnötig aufzublasen. Schön wäre es also, wenn man diese Detailsachen in CQP hinterlegen und dann bei Bedarf abrufen könnte. Dafür gibt es in CQP glücklicherweise zwei Möglichkeiten. Die erste ist eine automatische Aufstellung, die erzeugt wird, wenn wir die Korpus-Texte in das CWB-Format umwandeln. Die zweite ist eine manuell eingestellte Infodatei zu einem Korpus, bei der ich meistens auch nützliche Informationen zu dem Korpus allgemein mit Aufliste. Die Befehle, um diese Seiten aufzurufen, sind ShowCD für die automatische Aufstellung und Info und dann der Korpusname für die Infodatei. Schauen wir uns das also mal an und beginnen mit dem Befehl ShowCD. Den Show-Befehl kennen wir ja schon. Dann finden wir hier die Positionsattribute, die verfügbar sind. Das sind für das BNC Baby Word, POS, Lemma, HW, Class und so weiter. Ignorieren wir an dieser Stelle übrigens die anderen Attribute und auch die Tatsache, dass hier ein Lemma-Attribut definiert ist, obwohl wir gesagt haben, dass im BNC das Lemma Headword heißt, also HW. Unter diesem Block beginnt die Übersicht für Strukturattribute, also die Metainformationen, die sich auf die Textebene beziehen. Die über 4000 Texte im BNC haben also Informationen wie eine Text-ID, Titel des Texts, Datum der Publikation und so weiter. Sie sehen hier auch diesen Doppelpunkt, das heißt, die Liste ist länger, als uns auf dem Bildschirm angezeigt werden kann, also ganz ähnlich wie bei den Suchergebnissen in der Konkordanzansicht. Hier könnten Sie also durchblättern und die Ansicht dann mit Q verlassen. Wie man die Metainformationen nutzt, also wie man mit diesen Strukturattributen arbeitet, das schauen wir uns in einer anderen Folge im Detail an. Zum Vergleich laden wir das Switchboard-Korpus, das gesprochene Daten aus transkribierten Telefongesprächen enthält. Hier gibt es die Klassiker Word, POS, Lemma und Class. Und bei den Strukturattributen gibt es Informationen zu den einzelnen Texten, wie zum Beispiel das Thema oder das Datum des Telefonats und Informationen zu den Äußerungen, also Attrances, deshalb U. Da sind unter anderem hinterlegt, wer gesprochen hat, wann die Person geboren wurde, Geschlecht, Bildungsniveau, regionale Herkunft. Ein anderes Beispiel schauen wir ins PPCEME, also das Pen-Korpus of Early Modern English. Dann geben wir ein Show CD. Bei den Positionsattributen sind hier nur Word und Post verfügbar, also kein Lemma und Class fehlt auch. Das liegt daran, dass das PCEME ein historisches Korpus ist und viele der historischen Corpora sind nicht lemmatisiert. Metainformationen sind etwa das Jahr des Textes oder seine Zeitperiode. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Übersicht hier nur darstellt, was in CQP, also für die CQP-Syntax verfügbar ist. Wenn Sie wissen möchten, und das sollten Sie in Ihrer Arbeit mit Korpusdaten immer wissen wollen, was sich hinter diesen Informationen versteckt, dann sollten Sie immer die Korpusdokumentation konsultieren. Die zweite Möglichkeit, an Informationen ranzukommen, ist die manuell erstellte Infodatei aufzurufen. Und das macht man, wenn man bei geladenem Korpus Info eingibt. Für das PCEME gibt es hier zum Beispiel eine Übersicht über die Perioden, in die das Korpus eingeteilt ist und wie viele Token auf eine Periode entfallen. Darunter steht ein Link zur Dokumentation, wo Sie nachschlagen können, welche Art von Texten ins Korpus aufgenommen wurden. Und hier steht, wie man das Korpus zitiert, wenn man Daten daraus verwendet. Weiter unten finden Sie das Tagset, welches jetzt vom BNC-Tagset stark abweicht. Aber auf der anderen Seite ist das Tagset für alle PEN-Corpora gleich. Das sind die historischen Korpora, die bei uns mit PP beginnen. Wenn Sie also mit Korpora arbeiten wollen, über die wir hier in den Tutorials nicht oder nicht besonders ausführlich sprechen, dann können Sie mit ShowCD oder Info selbst an einen Großteil der Informationen rankommen und wie man über CQP darauf zugreift. Behalten Sie aber immer im Hinterkopf, dass die Informationen hier nur technische Informationen sind. Woraus die Datenbasis besteht, das müssen Sie in der Korpusdokumentation nachschlagen. Denn das kann unter anderem sehr wichtig für die Interpretation Ihrer Daten sein. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, schauen Sie doch jetzt mal ein bisschen in die Infos für ein paar Korpora und welche dafür zur Verfügung stehen. Das können Sie ja mit Show Korpora auflisten.